etwas gebracht und die werden wir heute mit euch zusammen anschauen ich würde sagen ich vergesse den kanal zu abonnieren und folgt mir gerne auf die zeichnung würde mich sehr freuen und mit dem video einen daumen nach oben alle pieces sind unten in der video beschreibung für euch verlinkt so freunde kommen wir zum video wie gesagt die freiheit einer neuen kollektion rausgebracht und wir haben seit ich sie und ein hoodie bestellt wirklich zwei nice pieces ich habe gesagt noch nicht angezogen gehabt aber ich habe mir ein bisschen die stoffe eingeschaut wir haben 100% baumwolle ist nicht sehr sehr gut die verarbeitung ist auch wirklich sehr sehr nice von den zwei pieces ich würde sagen fangen wir mal mit dem hoodie an würde mich wirklich sehr interessieren was sie auch dazu sagen würde oder was ihr das so denkt schreibt es gerne unten in die kommentare rein jetzt durch den hoodie und wir fangen mal ein bisschen an über den hoodie zu reden freunde let's go so freundlich hier ist der hoodie von 85 wirklich eine sehr sehr nice qualität und die farbe ist auch sehr sehr schön wir haben hier so ein himmelblau finde ich wirklich sehr sehr nice sowie blau mäßig hier haben wir ein 85 aufdruck darauf freunde hier denke dass hier 85 das ist in seiner gummi mäßigen aufdruck gemacht worden also haben wir so ein gummi mäßigen aufdruck freunde finde ich wirklich sehr sehr schön wollen wir ein double layer kapuze hier wirklich auch sehr sehr schön sehr sehr nice der wiegt sehr viel ich weiß leider nicht die grammatur von dem hoodie hier aber das werde ich euch wie immer irgendwo einblenden damit ihr auch informiert seit freunde kostenpunkt waren dass mich lügen 90 euro oder 95 euro aber das werde ich euch wie gesagt hier einblenden ja wirklich sehr sehr schön sehr nice wir haben 100 prozent baumwolle die kängurutaschen bin ich auch sehr sehr schön freundlich hier haben wir nicht zu eng sind also diese taschen hier sind nicht zu eng ist finde ich sehr sehr gut vom stoff her haben wir wie gesagt 100 prozent baumwolle und wir haben hier sohn french terry cotton mäßigen stoff das finde ich auch sehr sehr gut wir haben nicht diesen fließstoff was wir in den anderen brands haben freunde das ist wirklich sehr sehr nice es stört dich nichts hinten haben wir hier auch einen druck drauf der ganz normal ist nicht so wie vorne auf dem druck so aus mehr als gummi sondern hier aus ja so ganz normaler druck halt freunde hier haben wir noch ein die t das soll ein mehr sein glaube ich hier ist die t ist ich glaube ich ein mehr was eine welle macht hier keine ahnung ansonsten stehen hier ein paar sachen drauf intercontinental steht hier darauf freunde ist wirklich ein sehr 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 nice piece ja was kann man noch dazu sagen eigentlich nicht viel die nähte sind sehr sehr gut gemacht und jetzt würde ich sagen wir schauen uns bevor wir uns anschauen wenn wir noch mal hier schnell die saumen an die sind glaube ich ein bisschen eng so dass es nicht aus deinem handgelenk in deine hände rutschen kann ja ich würde sagen wir schauen uns jetzt mal den fit von diesem wirklich sehr sehr qualitativ und leisten 85 wo die an und dann kommen wir zum t-shirt freunde let's go das ist der fit von dem und die von etwa ich muss sagen wirklich ein sehr sehr meister für die kinder taschen sind sehr sehr schön wirklich sehr sehr schön hier hast du einen engen punkt das finde ich auch gut aber wir haben wieder das problem wie beim ersten video hier unten ist es wieder so geklappt also ist so sie sind es es geht nach oben das gefällt mir nicht wenn es wieder ein tick so ein stück vielleicht oder so ein stück länger werden dann möglichst tisch er ist nur die wir halten aber dieser fit ist schön dass er fit ist aber nur hier das hier das nervt mich das geht immer so nach oben ich will dass das ding dann so bei mir ist das gefällt mir nicht ansonsten hier die kapuze ist sehr sehr schön so schön groß wie sie schon wenn ich so machen geht das ganze nach oben hier dann so aus da muss ich ja die ganze zeit das fies nach unten ziehen und das würde ich nicht ansonsten ist ein sehr sehr nice peace freunde so das war der fit von dem 85 wo die freunde und jetzt kommen wir schnell zum t-shirt weil mein akku hat noch einen weiten ich will das video mit der kamera drehen damit ihr eine gute qualität habt freunde so und wie hier zum ost t-shirt in der farbe b auf bei bisch so hier sind es zu schön auf weit bisch hier haben wir ein grünes akzent et5 das wurde rein gestrickt ihr seht es das ist reingestrickt das finde ich auch sehr sehr gut der kragen ist auch sehr sehr nice hinten haben wir das 85 patch drauf hier vorne hier haben wir freunde noch mal ein fetten stück drauf also das wurde hier gestrickt außer diese schrift hier ist nicht gestrickt nur dieses 85 hier ist gestrickt freunde hier zeige ich noch mal von vorne so das ist ganz normal hier ist es gestrickt bin ich sehr sehr gut wirklich ein sehr sehr nice peace freunde in der size s ich bin 170 die beiden sachen sind in der size s freunde ja eine gute qualität sehr sehr gut die nähte sind sehr sehr gut gesetzt kann ich jetzt nichts dagegen sagen also wirklich sehr sehr gute nähte freunde schauen ist den fit von diesem hoodie von dem t-shirt hier an let's go so freunde hier sieht es jetzt an mir das t-shirt von 85 wirklich sehr sehr schön nicht zu lange nicht zu kurz wirklich ein schöner fit freunde hier sicher dass der kragen ist auch wirklich sehr schön hier seht ihr den kragen ein sehr sehr nice kragen wirklich sehr sehr schön freunde wesentlich schultern auch sehr sehr gut nicht zu weit wo was heißt es sind ja auch sehr stark sehr sehr gut so wirklich ein sehr sehr nice peace freunde von 85 sehr sehr schön das war es mit diesem video hier hat den fit gesehen von dem t-shirt wirklich sehr sehr nice ich leider noch nicht weil ich das video vordrehen dann kommen ja die fit szenen ja wie gesagt nicht vergessen den kanal zu abonnieren folgt mir gerne auf instagram würde mich sehr freuen wenn ich das video gefallen hat dann würde ich mich gerne auf ein like von euch freuen und schreibt gerne unten in die kommentare rein wie ihr die sache so gefunden habt also meine meinung mein fazit ist sehr sehr gute pieces und weiteres mit qualitativ mäßig sind die sachen auch sehr sehr gut da kann ich jetzt wirklich nichts nichts sagen auch nicht meckern freunde preise sind ein bisschen hoch gestiegen das ist leider bei jeder brand so nicht nur bei jeder brand wenn die wasser kauf hast du auch 20 bis 40 50 cent ein preis hochstieg und bei den sachen haben wir das leider auch nicht vergessen zu abonnieren wir sehen uns am mittwoch oder am dienstag quasi gar nicht muss schauen ja alle videos sind vorgedreht haut rein wir sehen uns bei einem weiteren video um 15 uhr ciao freunde nie vergessen abonnieren und liken bis zum nächsten mal ciao